Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Falsches... Falsche Episode. Let's play Lego Star Wars. Ich hab mal die Extras wieder angemacht. Hab ich die letzten Parts ja immer vergessen, ne? Merk ich gerade. Aber ja. Sogar diese Dinger haben die auf. Wie geil ist das denn? Erstmal richtig ranrücken. Hey. Mit dem Schnurrmann, ey. Das ist ja so gut. Okay, ähm. Wir haben keinen Jedi. Der hier irgendwas machen kann. Und kein R2-D2. Mano. Können wir das kaputt schießen? Ne, können wir nicht. Aber das können wir kaputt schießen. Geil. Gut. Wir sind Han Solo und, äh, Leia. Ja, äh. Tausender. Nice. Okay. Aber wir sind bald durch mit dem Let's Play, Leute. Wir sind bald durch mit dem Projekt. Das ist krass. Ich hab nicht erwartet, dass es so schnell geht. Ich mein, wir sind bei... Jetzt bei 26. Achso. Okay. Ähm. Dann brauchen wir vielleicht noch... Ich weiß nicht so. Vielleicht 10 Parts, wenn's hochkommt? Ich bin mir nicht sicher. Äh. Was haben wir hier gerade her... Was haben wir gerade gemacht? Mach nochmal ab, hapne. Ah. Okay. Wir bekommen Geld daraus. Alles klar. Was haben wir hier denn noch so? Haben wir hier hinten noch irgendwas? Sorry, Padme. Äh. Leia. Wieso sag ich Padme? Ähm. Okay. Achso. Raupschieben. Okay. Oh, da war sogar ein Tausender unter. Schön. Ja, so 10... Na, 10 Parts. Ich glaub nicht mal mehr 10 Parts. Wir müssen jetzt noch, äh... Zunefüllen. 11 Level machen, glaub ich. 11 Level? Geht eigentlich voll klar, oder? Oh Gott. Aua. Geh weg. Geld wieder einsammeln. Schön. Das wieder zusammenbauen. Zack. Tausender bekommen. Schön. Okay, das müssen wir, glaub ich, dann auch schießen. Gleich mit dem Dings da. Hier ist, glaub ich, nur ein Special Room, oder? Hä? Nice. Doppelte Punktezone. Cool. Oh, leil. Äh. Was machen wir hiermit? Ah, die Weiche umstellen. Cool. Oh, nein. Komm zurück. Nein. Ich hab da oben grad ein Minikit gesehen. Was wir, glaub ich, damit hätten aufmachen können. Aber, okay. Äh. Aufmachen bekommen können. Aber, naja. Ist halt so. Okay. Was machen wir hiermit? Können wir das... Nee. Oh, leil. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, das haben wir aufgemacht. Bam, 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 bam. Explosion. Boom. Bad. Ups. Das wollte ich nicht. Habe ich grad echt Padme getroffen? Okay. Ähm. Ich glaube, wir brauchen ein C3PO. Einmal hier hinten. Damit er die Wand hier aufmacht. Und da drin ist bestimmt R2D2. Die Tür. Nicht Wand. Hä? Aber mein Deutsch ist heute wieder on point, Alter. Mein Deutsch ist wieder on point. Ditt, 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 ditt. Äh. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Äh. Oh Gott. Gegner. 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 Ganz viele Gegner. Power up. Boom, 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 boom. Wir kriegen keinen Schaden. Yeah. Okay, dafür brauchen wir nie die Räder. Meine Tastatur liegt grad echt scheiße. Moment mal eben. Oh Gott. Ich will den Tausender haben. Danke. So. Schon viel besser. Äh. Gut. Das können wir kaputt machen, oder? Können wir? Nein, können wir nicht. Okay. Äh. Das müssen wir mal da raufschieben, glaube ich. Hm. Zack. Äh. Dann müssen wir das hier da raufschieben, denke ich. Nein, zu weit. Zack. Rauf da. So öffnet sich jetzt das hier. Oh. Okay. Dann setzen wir das hier einmal zusammen. Was auch immer das bringt. Ein Fahrzeug, glaube ich, wird das. Geld. Geld. Hey, C3 PO. Sein Ernst. Warte mal. Okay. Warte mal rauf. Super geil. So. Was können wir jetzt damit machen? Ah. So bewördern wir ihn. Hier rauf. Okay. Cool. Das ist sehr cool, Alter. Das ist echt cool. Mann. So. Schieben wir erst mal das hier. Dort rauf. Oh. Noch ein weiter. Okay. Äh. Zack. Okay. Und das hier müssen wir dann nach hier hinten schieben. Okay. Einmal außenrum. Okay. Ja. So. Dann jetzt hier lang. Reicht? Nein. Nicht so weit. Ey. Noch ein Stück. Und. Zack. Wo ist das hier? Haben wir noch irgendwo? Nee. Ich schätze, den hier müssen wir jetzt da rauf schieben oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche es einfach mal. Noch ein Stück nach hinten. Dann nach da. Dann da hin. Nee. Können wir gar nicht da rauf schieben, glaube ich. Oder? Oh, Mensch, ey. Ist aber hier eine schwierige Geburt, ne? Zack. Zack. Können wir das jetzt da rauf schieben? Nee. Können wir nicht. Hä? Wofür ist das? Ah. Irgendwie für da hinten, glaube ich. Okay. Versuchen wir das mal. Nein. So. Dahin. Bis hier. Zu weit. Eindeutig zu weit. Das war zu weit nach da. Oh Gott, oh Gott. Yeah. Schieben. Woo. Aber da können wir noch nichts weitermachen. Bedammt. Okay. Also hat sich das erledigt. Wir können die hier zusammenbauen. Und dann. Oh. Tausender. Ja. Dann das da kaputt schießen. Sehr gut. Geht weg. Geht weg. Kusch. 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 Fui. Du auch. Mann. Näh. Nervige Dinger, ey. Ich will den haben. Danke. Aua. Okay. Haben wir. Weg. Einfach weg. Okay. Das bricht ein. Okay. Zack. Und zack. Sehr gut. So. Jetzt kommen wir in die nächste Zone. Zone? Ah, die kommt. Oh. Ich komme hinterher, Alter. Hast du dich jetzt nicht erwartet? Hier geht's steil nach unten. Ich glaube, wenn wir nach unten fallen, sind wir tot. Denke ich jetzt mal. Ich würde den Tausender da oben haben. Kommen wir aber nicht hin. Manno. Ich will den haben. Oh Gott. Hier rollen wir. Okay. Nochmal. Nyaum. Nyaum. Spring. 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 Das ist behindert. Okay. Ähm. Oh. Nochmal rollen. Wo kommst du denn her? Hast du schon die ganze... Wo kommt ihr denn her? War die schon die ganze Zeit da? Jetzt echt mal. Okay. Und. Nice. Bam. Ey. Bam. Ey. Bam. Bam. Mensch. Es will aber noch die 2000er da haben. Die. Geben mir schon Geld. Oder auch nur ein. Okay. Und wieder runterfallen. Okay. Nice. Huhu. Wir sind fast bei Wara Jedi. Okay. Hier sind Schalter unter. Alles klar. Hier nicht. Schade. 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 Sehr, sehr schade. Können wir das bewegen? Ja, das können wir bewegen. Ähm. Hier ist noch eins. Oh Gott. Hier geht's runter. Das habe ich nicht gesehen. Mann. Hör doch auf, wenn man erst von der C3PO zu zog. Mal kloppen, ey. Mensch Hahn. Er hat dir nichts getan. Ha. Reint sich. Der Rhyme King. Ähm. Können wir erst mal... Nein. Ach, komm. Oh. Da hinschieben. Genau. Den jetzt dort raufschieben, glaube ich. Geht er nicht rauf? Doch, geht. Einer. Zack. Eigentlich bräuchten wir auch nur einen davon, ne? Komm, irgendwer von euch geht jetzt noch auf den Schalter. Genau. Sehr gut. Aber... Ich glaube, ich will erst mal das hier öffnen. Ich habe das Gefühl, das hier... ...ist kein Weg weiter. Aber wir haben auch noch kein Minikit gefunden, ne? Wir haben auch eins gesehen, aber wir haben noch keins eingesammelt. Och, Mensch. Doppelte Punktezone. Wuhu. Geil. Wacher Jedi. Alles einfach einsammeln. Doppelte Punktezone. Was ist das? Können wir hier durch? Ne, können wir nicht. Ha. Okay, was auch immer da noch ist. Ich weiß nicht, was da noch ist. Aber wir haben Waren Jedi erreicht. Und schön viel Geld. Willkommen. Okay, da kommen wir nicht hoch. Oh, hallo. Ist das Chewie? Das ist Chewie. Äh. Was macht das? Ich weiß es nicht. Müssen wir, glaube ich, irgendwas draufschieben. Ich wollte gerade sagen, warum geht es noch nicht kaputt? Mensch. Alle Gegner besiegen. Muss besiegen, Gegner. Okay, jetzt würde ich einmal das hier. Chewie auch. Danke. Ah. Interesting. So, das muss jetzt nämlich hier rauf. Oder auch nicht. Musstest du dich von der Seite hier raufgeschoben werden. Ich weiß es nicht. Auch nicht, ne? Ne, auch nicht. Ähm. Damit nicht verwirrt. Das können wir aufbauen. Genau. Gibt uns nochmal ein Tausender. Nehmen wir gerne mit. Können wir auch aufbauen. Das gibt uns auch nochmal ein Tausender. Nehmen wir auch gerne mit. Da ist der Stein. Ah, da können wir was draufstellen. Okay. Ey. Zack. Reicht, 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 reicht. Nicht weiter rutschen. Lea, du stehst ein bisschen im Weg. Äh. Zack. Okay. Ja, das Geld brauchen wir jetzt nicht. Und den hier. Dagegenschieben. Klar. Nach da hinten. Rutsch. Okay, und. Ah. Das macht jetzt nur das auf. Schade. Nur das. Ist doof. Jetzt können wir hier rauf. Können wir hier mit irgendwas... Okay, wir können ziemlich hoch springen. Können wir mit denen da rauf gehen? Nein, können wir nicht. Wenn wir jetzt hier stehen. Springen und schießen. Okay, Moment. Okay, das bringt nichts. Äh, was können wir mit denen machen? Das auch nichts? Okay. Er bleibt mal dagegen. Können wir da oben hoch? Nee, kommen wir nicht, oder? Nee, kommen wir nicht. Schade. Ähm. Was bringen uns diese Viecher? Ich weiß es nicht. Können wir damit vielleicht da rüber springen? Okay, Moment. Ich versuche es doch mal. Nee, können wir nicht. Äh, äh, äh. Okay. Okay. Was bringt uns jetzt? Bleibt mal da stehen. Bleibt da stehen? Er bleibt stehen, okay. Können wir jetzt mit ihm... Nein, tut er nicht. Zack. Bleibt mal stehen. Bleibt mal da stehen. Mann, was... Hä, wie machen wir das? Vielleicht... Warte mal. Ich probiere mal... So. Wenn wir jetzt von hier aus da oben landen. Bleibt er dann aktiv? Weil wir schwerer waren oder so? Ich weiß es nicht. Mann. Zack. Bam. Bamm. 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 Ach, damit können wir das kaputt machen, okay. Jetzt ist das frei. Aber ich weiß nicht... Okay, ich weiß halt nicht, wie ich da rankomme an diese Dinger da. Ähm. Bam. 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 Okay, nein. Daran. Oder darauf. Und zack. Hier hochfliegen. Okay, ähm. Zusammenbauen. Und jetzt? Ich will mit Han Solo weiterkampfen. Bam. 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 Ach, da unten müssen wir auch noch was zusammensetzen, okay. Zack. Okay, und jetzt können wir da rein. Ah, und somit haben wir das Level geschafft, Leute. Okay. Alles klar. Und somit haben wir das Level geschafft. Echt jetzt? Sogar das Raumschiff hat die Maske. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? So, und ich frag mich, was wir mit diesen Lichtstrahlern machen mussten. Ich frag mich, was wir damit machen mussten. Han Solo. Hot. 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 Prof. Leia. Hot. 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 Was auch immer. Warayedi haben wir geschafft. Steine. Oh, schön viele Steine wiederbekommen. Haben wir auch abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, war es mit diesem Part schön. Wir haben ein Level in dem Part gepackt. Sonst packen wir zwei in einem Part. Mann. Hab mir auch Zeit gelassen in diesem Part, ey. Ohne Witz. Ohne Witz. So, ähm, gut. Dann würde ich sagen, das war es mit dieser Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, na nee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Hot. Da rein. Na. Na.